Das tut mir leid, da habe ich wohl nicht aufgepasst. Er muss zu Hause bleiben und auf seine Kinder aufpassen. Vor dem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch aufräumen. Es regt mich auf, dass ich heute schon wieder Überstunden machen muss. Ganz ruhig, bitte rege dich nicht auf. Heute hast du eine Prüfung. Bist du jetzt sehr aufgeregt? Diese Musikgruppe zu erleben war sehr aufregend. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Sie brauchen nicht aufzustehen. Sie können auch gerne sitzen bleiben. Ich komme im Auftrag von Herrn Müller und soll Ihnen dieses Paket geben. Im Moment hat meine Firma besonders viele Aufträge. Diese Woche tritt in der Stadthalle eine berühmte Musikgruppe auf. Nach dem Auftritt feiern die Musiker zusammen. Von dem Lärm ist er aufgewacht. Ich muss gute Schuhe anziehen. Der Weg geht immer aufwärts. In letzter Zeit geht es Gott sei Dank wieder aufwärts mit der Wirtschaft. Im Büro ist der Aufzug kaputt. Meine beiden Kinder haben braune Augen. Er wollte gerade parken. In dem Augenblick ist ein Wagen aus der Ausfahrt gekommen. Warten Sie bitte einen Augenblick. Im Augenblick sind keine Plätze frei. Herr Müller geht jeden Morgen um 7 Uhr aus dem Haus. Frau Müller kommt aus der Schweiz. Diese Möbel sind noch aus der Zeit um 1950. Ich trage nur T-Shirts aus reiner Baumwolle. Sie haben aus Liebe geheiratet. Wann ist das Semester aus? Ich kann nicht sehen. Das Licht ist aus. Ich habe dieses Jahr meine Ausbildung abgeschlossen. Mit dieser guten Ausbildung findest du sicher eine Arbeit. Für diesen Beruf muss man gut ausgebildet sein. Könnte ich das auf deinem Drucker ausdrucken? Hast du schon einmal diesen Ausdruck gehört? Ich mache noch einmal einen Ausdruck von dieser E-Mail. Sie wohnen nicht weit auseinander. Da ist eine Ausfahrt. Da dürfen Sie nicht parken. Wie weit ist es noch bis zur Ausfahrt Hamburg? Diese Woche fällt der Kurs aus. Am Wochenende machen wir mit Freunden einen Ausflug nach Hamburg. Füllen Sie bitte noch dieses Formular aus. Wie hoch sind deine Ausgaben in einem Monat? Wo ist hier die Essensausgabe? In welchem Buch hast du das genau gelesen? In welcher Ausgabe des Buches? Wo ist hier der Ausgang bitte? Caroline gibt viel Geld für ihr Hobby aus. Plötzlich ist der Strom ausgegangen. Sollen wir heute Abend ausgehen? Wie ist das Fußballspiel ausgegangen? Das Essen und die Unterkunft waren ausgezeichnet. Wir suchen eine Aushilfe für unser Geschäft. Ich hätte gerne eine Auskunft. Diese Firma hat eine neue Nummer. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Ich fahre im Urlaub meistens ins Ausland. Viele Ausländer und Ausländerinnen lernen in den Deutschkursen Deutsch. Viele Ausländische Studenten müssen zuerst einen Deutschkurs besuchen. Sie müssen leider noch ein bisschen warten. Wir hatten doch ausgemacht, dass du zuerst die Getränke besorgst. Haben Sie schon einen Termin ausgemacht? Normalerweise muss ich am Samstag arbeiten, aber heute ist eine Ausnahme. Das Geld muss bis Juni ausreichen. Ihre Kenntnisse reichen für diese Arbeit aus. Das Geld für unsere Reise ist ausreichend. Meine Frau ist nicht da. Soll ich ihr etwas ausrichten? Ich ruhe mich von der Arbeit aus. Bist du heute gut ausgeruht? Diese Möglichkeit kann man nicht ganz ausschließen. Soviel kann ich nicht für dieses Essen bezahlen. Das ist völlig ausgeschlossen. Tut mir leid. Wir haben in diesem Hotel ausschließlich Nichtraucherzimmer. Du siehst wieder besser aus. Bist du wieder gesund? Er sieht genauso aus wie sein Bruder. Es sieht so aus, als ob es gleich regnen würde. Wir haben dieses Schloss nur von außen gesehen. Außen ist das Haus sehr schön. Wir wohnen außerhalb vom Zentrum. Das Medikament darf man nur äußerlich anwenden. Außer Tom hat sich niemand um die Stelle beworben. Der Aufzug ist heute außer Betrieb. Wir haben täglich außer Sonntag geöffnet. Möchten Sie außerdem noch etwas anderes? Der Film war langweilig und außerdem hat der Schauspieler schlecht gespielt. Von diesem Turm hat man eine wunderschöne Aussicht. Mit mehreren Fremdsprachen hat man relativ gute Aussichten im Beruf. Wie spricht man bitte dieses Wort aus? Du hast eine gute Aussprache. Im Schaufenster sind Sommerschuhe ausgestellt. Das Prüfungszeugnis wird bis nächste Woche ausgestellt. Wir waren mit unserem Lehrer in einer Ausstellung. Die Ausstellung eines neuen Passes dauert zehn Tage. Such dir etwas Schönes aus. Ich möchte dich einladen. Für die Aufgabe können Sie aus zwei Themen auswählen. Wir müssen zusammen eine Auswahl aus den Büchern treffen. Dieses Geschäft hat eine wirklich große Auswahl. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Willst du hier drinnen den Mantel nicht ausziehen? Meine Nachbarn sind schon vor drei Wochen ausgezogen. Er fährt mit dem Auto zur Arbeit. Das Dorf liegt an der Autobahn. Zigaretten bekommt man an diesem Automaten. Der Fahrkartenautomat ist neben dem Bahnsteig. Die Tür schließt automatisch. Das Zeugnis von der Prüfung bekommt man automatisch zugeschickt. Diese Autorin hat in diesem Jahr schon drei Bücher geschrieben. Wenn du das nächste Mal kommst, backe ich einen Kuchen. Ich kaufe mein Brot immer in der Bäckerei am Markt. Wenn du baden möchtest, dann kannst du im Badezimmer hinten links das machen. Hier ist Baden verboten. Nach einem warmen Bad fühle ich mich gleich viel besser. Ich hätte gerne ein Zimmer mit Bad. Nach einem langen Arbeitstag setze ich mich gerne in die Badewanne. Er kommt mit der Bahn. Die S-Bahn ist meistens schneller als die Straßenbahn. Nehmen Sie die Straßenbahn Nummer 15. Die letzte U-Bahn geht um 23.45 Uhr. Ich bringe dich zum Bahnhof. Auf Hauptbahnhöfen gibt es meistens viele verschiedene Bahnsteige. Du kannst mich gerne bald wieder besuchen. Bitte gib mir so bald wie möglich Bescheid. Auf Wiedersehen und bis bald. Meine Wohnung hat auch einen kleinen Balkon. Ich spiele gern mit meinen Kindern im Garten Ball. Meine Tochter möchte gern Ballett tanzen lernen. Zwei Kilo Bananen bitte. Komm, setzen wir uns auf die Bank da vorne. Bei welcher Bank hast du dein Konto? Ich hole noch Geld vom Bankomaten. Was ist deine Bankleitzahl? Man kann hier auch mit Bankomatkarte zahlen. Setzen wir uns doch an die Bar. Ich treffe einen Freund in der Hotelbar. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Ich habe kein Bargeld bei mir. Er trägt jetzt einen Bart. Sie spielt nicht gern Basketball. Ich habe zum Geburtstag einen neuen Basketball bekommen. Wir basteln zusammen ein Vogelhaus. Ich arbeite gern mit natürlichen Bastelmaterialien. Bitte bringe mir Batterien für die Kamera. Mein Bauch tut mir weh. Wir haben ein Haus gebaut. Er wohnt in einer Neubauwohnung. Mein Haus ist ein Altbau. An dieser Stelle gibt es eine Baustelle. Wir kaufen unser Gemüse oft beim Bauern. Wir haben drei Bäume im Garten. Wir sollten die Ansagen am Bahnsteig beachten. Mein Mann ist Beamter bei der Polizei. Ich muss einen neuen Pass beantragen. Bitte beantworten Sie meine Frage. Ich möchte mich bei dir bedanken. An diesem Produkt besteht sehr großer Bedarf. Was bedeutet dieses Wort? Sie ist krank. Das bedeutet, dass sie heute nicht arbeiten kann. Das Wort Maus hat zwei Bedeutungen. Werden Sie schon von jemandem bedient? Diese Kaffeemaschine ist ganz leicht zu bedienen. Ich verstehe die Bedienungsanleitung nicht. Wenn Sie diese Bedingungen akzeptieren, können wir gerne einen Vertrag machen. Wir haben in unserer Firma sehr gute Arbeitsbedingungen. Ich muss mich beeilen, sonst verpasse ich den Zug. Ich muss meine Ausbildung auf jeden Fall erfolgreich beenden. Das Restaurant befindet sich in der Mitte des Zuges. Ich bin von diesen Gebühren befreit. Das Ergebnis der Prüfung war befriedigend. Ich glaube, wir sind uns schon einmal in einem Kaffeehaus begegnet. Ich bin von diesem Konzert wirklich begeistert. In drei Wochen beginnen die Sommerferien. Schönen Tagung. Das ist eine Sitzung der Kaffeehaus. Und das ist eine Sitzung der Kaffeehaus. Und das ist eine Sitzung der Kaffeehaus. Vielen Dank.